Globus hat elf Filialen. In der Deutschschweiz, in der Romandie und im Tessin. Globus realisiert pro Jahr annähernd 700 Millionen Franken Umsatz mit rund 3.000 Mitarbeitenden auf 70.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen durch Fachkompetenz und positive Ausstrahlung den Kunden spüren, dass er etwas Besonderes ist. Globus strebt nach einem Gewinn über dem Branchendurchschnitt, um aktiv Arbeitsplätze zu sichern. Globus ist wirtschaftlich gesund, dank Spitzenleistungen, kommerziellen Denken und Orientierung am Kunden. Ein Kontakt in Globus führt zu besonderen Begegnungen. Globus ist es für euch genau nachtblau, eher so ein ganzes Dunkel aus oder noch so ein bisschen mit einem helleren. Was, was die Bluse denkt. mit einem kleinen Geräten, wo viel, wenn er schräg steht, tue ich ihm keine Proportionenstimme. Mit einem kleinen Geräten, wo viel, wenn er schräg steht, tue ich ihm keine Proportionenstimme. Ein Besuch im Globus ist ein besonderes Erlebnis. Das 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 ist schön. Das ist ein Besonderes Erlebnis. 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 Das ist eine Erlebnis. Das ist ein Besonderes 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 Erlebnis. Musik 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 Alles in Ordnung. Voila. Guten Tag. Guten Tag. Globus für das Besondere im Alltag. Jetzt ist es ein Franco-120. Das ist schön. Voila. Mesdames. Guten Tag. 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 тысяч장이 Personens stehen.